Hallo! Die Linse ist total schmutzig. Ich will nur die Linse putzen. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mal wieder ein bisschen was besonderer. Ich habe mir einen kleinen Gast dazu geholt. Ich hole ihn mal einfach rein. Folge bitte ins Bild. Folge ins Bild. Ja, so. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, da ist er wieder. Der Rumzer. Ja, so ungefähr. Ja, ich weiß, meine Frisur sitzt auch nicht gerade perfekt. Ja, was gibt es? Neues, Daniel. Neues. Ich wollte ihn einmal wieder sehen. Mal besuchen. Schon lange nicht mehr. Gut, alles war auf der Gamescom. Hast du die Gamescom noch in guter Erinnerung? Ja, vor allem meine Füße. Was ist dir denn am meisten in Erinnerung geblieben? Die Füße? Der Retro-Bereich eigentlich. Ja. Was fandst du da am coolsten? Dieses komische Spiel, wo man da Schlüssel sammeln musste. Mit dem komischen Joystick. Oh. Ja. Oh, das war ein richtiger Reibfall. Ja. Was gibt es aktuell zu besprechen über meinen Kanal? Gibt es da irgendwas, was dir aufgefallen ist? Dass das mit deinen Kameravideos, also mit der Kamera besser geworden ist. Dass du deine Facecam anmachst. Ach, Facecam. Ja, genau. Weil die lasse ich ja jetzt regulär laufen. Ja, also so viel mehr Arbeit ist es tatsächlich nicht. Aber es gibt dann noch jemanden, der dir auch mal gerne Hallo sagen möchte. Ja. Wer ist denn das? Ja, das ist schon mal so. Oh. Das macht auch voll den Krach, ne? Nicht, dass man das im Video hört. Ja, diesmal machen wir keine Let's Challenge. Beim letzten Mal gab es die Zitronen Let's Challenge. Wenn ich dran denke, werde ich dieses Video jetzt verlinken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Irgendwo. Da so. Auf meiner riesen Nase. Ja, da haben mehrere Videos Platz. Auf den riesen Zinken. Ja, da zum Beispiel. Da. Ist auch eine geile Perspektive. Daniel, musst du mal ausprobieren. Ist voll cool. Bäh. Komm immer schön mit dem Zinken dran. Zum neuen Jahr gibt es natürlich eine Neujahrsansprache. Klar, das kennen wir vom Gronkh. Ja. Da habe ich das damals auch gesehen. Ist jetzt schon ein paar Jahre her und gedacht, ja, warum nicht? So. Es ist wirklich eine gute Idee, mal kurz innezuhalten und ein bisschen zu quatschen und so. Ich habe mir überlegt, dass ich diesmal als Hintergrund, beim letzten Mal lief ja City Skyline, das ist ja nicht so. Und diesmal vielleicht Planet Coaster. Obwohl ich bei Planet Coaster tatsächlich seit dem letzten Video nicht weitergebaut habe. Schade, schade. Ich vermisse immer noch meine Achterbahn, die ich vorgeschlagen habe. Ja, Daniel hat eine ziemlich coole Dunkelachterbahn vorgeschlagen. Die gibt es aber, glaube ich, jetzt tatsächlich sogar schon implementiert im Spiel. Ach so. Okay. Aber trotzdem, sowas kann man auch sehr cool selber bauen. Falls hier irgendwer bei ist, der sich Planet Coaster anguckt. Ähm. Nee, ich zum Beispiel. Irgendwann wird es damit weitergehen, denn das Spiel ist komplett released worden. Mit sehr, sehr coolen Features. Ich habe schon mal kurz reingeguckt und ich kann es eigentlich gar nicht erwarten. Glaube ich dir. Ich kann es nicht erwarten. Das ist einfach mega das Spiel. Ja, wir warten uns noch auf den FiniBoy. Hallo. Hallo. Hallöchen. Hallo. Hallo. Na, Finn. Alles fit? Ja. Wie hier? Ja. Alles gut. Was machst du Schönes? Ich habe gerade Minecraft gespielt. Minecraft? Wie immer. Was ist das? Ähm. Ja. Spiel. Worum geht es da? Ich habe mein letztes Aid. Bitte? Ich glaube, sonst hättest du auch mein letztes Aid. Minecraft. Kann ich mir gerade überhaupt nichts darunter vorstellen. Da ist also, ich glaube, da hast du Adventure Maps gemacht. Aha. Spielt man da eine Frau? Hm. Spielt man da eine Frau? Das ist ein Bauspiel. Ein Bauspiel? Ja, ein Lego-Baukasten. Also. Also ein Lego-Spiel. Man kann wirklich. So in der Art, also man baut Blöcke hin oder baut natürlich wieder ab. Aha. Ja. Müsste ich mir mal angucken. Ich glaube, das hat Darsen Sohn auch mal ins Bild. Ich habe einen Sohn. Jetzt hat es den Finn aus den Socken gehauen. Der folgende Anruf wird sich um welche Minuten später. Was filmst du gerade? Was ich filme? Streame. Das streamt doch gar nicht. Ich habe einen Sock gekriegt damit. Man merkt es. Ist ja auch schon spät für den kleinen Finny-Boy. Fynn, wir drehen gerade ein Video. Einen Vlog. Der Daniel ist gerade bei mir. Und wir nehmen mit der Kamera ein Video auf. Und ich rufe dich ja an. Und dadurch auf Lautsprecher wirst du auch mit dem Video drin sein. Zwar nur sprachlich, aber immerhin. Du kannst mal alle grüßen. Hallo Leute. Hey! Was? Viel Spaß noch beim Bauen. Ja. Genau. Ciao. Ciao. Wow. Schon verpeilt der gute Film, oder? Ein bisschen. Also mal abgesehen davon. Es läuft Wizard101 wie eh und je. Es läuft Attack on Titan. Alle zwei Tage. Theoretisch alle zwei Tage. Dann kommt bald Aragami wieder, wenn Attack on Titan fertig ist. Und es gibt noch ein Barbie-Spiel, das ich gerne spielen möchte. Yeah! Yeah! Wobei die geilsten Kommentare kommen. Planet Coaster und 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 und. Ja, ja. Es kommt noch viel, aber es wird noch dauern. Ja. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Weihnachtszeit. Ähm. Ich hatte, genau stimmt. Ich hatte gesagt, dass ich eigentlich mal gucken wollte, ob wir uns dieses Jahr noch treffen. Ob ich nochmal einen Stream mache, ob ich nochmal ein Treffen mache. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme. Ich denke mir das jetzt wahrscheinlich erwähnt. Also zumindest ich könnte nicht dabei sein, sagen wir mal so. Hm. Außer vielleicht telefonisch. Ja. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich kann es euch nicht versprechen. Die Tendenz ist zu, äh, eher nicht. Ähm. Man wird es ja sehen. Alle Leute, die den Kajus in Twitch abonniert haben, werden es ja dann sehen. Hm. Schaut mal auf meiner Kid-Kajus-Seite vorbei. Da gibt es viel zu entdecken. Ähm. Aber dazu gibt es zunächst auch nochmal ein extra Video. Ja. Dann macht's gut. Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis demnächst. Ciao. Bäh. 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 Bäh beers. Bäh. Ein Schalass. Bäh. 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 Bäh, Bäh.